Wie? Aufsichtiger. Du tust Filme. Nein. So, jetzt bin ich wieder. Wie schnell. Es ist so schön hier, dass ich ein Traum war. Wie im Himmel. Wie im Himmel. Jetzt bin ich wieder am Fischen. Da hinten hat es Schnee. Und morgen haben sie Schnee gemeldet. Und heute ist super Wetter. Freitag. Ich genieße das. Tschüss. Bis später. Ich hoffe an Fisch. Vor allem. Letztes Mal habe ich Rekord gemacht. 46. Früher hatte ich immer so ein bisschen über 30. Jetzt war es so schön. Schön gross. Aber ich bin gewöhnt. Weil ich habe so viele Hechte gefallen. Hechte über halbe Meter. So schön. Tschüss. So, jetzt kommt Äckoren. Lilla Köre ist so söt. När han knablar på en nöt. Sen han hoppar hopp hopp hopp. Upp till Granens Top. Där han har sitt lilla hem. Med sin fru och ungar fem. Lilla Köre är so söt. När han knablar på en nöt. Tschüss. Mein schöner, schöner Rosengarten. Jetzt bin ich zwei Wochen weg gewesen. Die sind immer noch so schön. Jetzt muss ich noch die kaputten wegschneiden. Ok, tschüss. Lilla Köre. Jetzt gehe ich fischen. Da ist man schöner Teig und alle Blumen dort. Seerosen habe ich jetzt. Grüßtug. Peace. Offenamato. Geniesse jetzt. Sammer. Ciao. Absolut. In der Höhe. från моjon Kontroll. Es stra � som baranin kom stirb né. Bara iconic. Kein Kofi. Kein Kofi. Tschüss. Springen, ja? Wow! Es ist zwei von Kassa, schon. Ja? Ja. Deine. Die sind bei Spezial. Die sind bei Spezialem, nicht so viel, nicht so. Oh nein. Oh nein. Wir haben einen Doppelgast! Happy New Year! Tschüss! Tutelett Gips! Ein goldiger Fisch, sie sind sehr schön arter St. Koi. Ich kaufe 12.90 Franken und jedes Mal, wenn man hier im An schaut, wird man fast glücklich. Gold, das ist unser Glückfisch. Koi, Gold, Glückfisch. Macht Spass mit den Fischen. Ich fische jetzt auch sehr viel im Syriese. Und diesen habe ich auch einen grossen Barsch gefangen. Also mein Kollege hat ihn gefangen. Ich habe vier ganz kleine. Und er hat auch kleine angefangen. Oder ich habe drei kleine. Ich glaube vier. Eine wollte ich in eine Proseccoflasche mit Wasser herbringen. Aber die kann ich auch nicht da rein tun. Was sind die denn auch? Die essen Fleisch. Die werden auch die Babys voneinander essen. Ja schön. Und jetzt die hübsche Rostung. Tschüss. Ich habe noch nie so einen Stress gehabt. Ich eine nach dem anderen. Wir fassen nach. Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. So, jetzt muss ich etwas herziges machen, das kann es fast nicht möglich so herzig sein. Die sind jetzt gerade vier Wochen. Augen seit einer Woche. Also herzig gibt es fast nicht. Ich habe jetzt gerade Pipi gemacht und Mama wird jetzt gerade putzen. Vier Stück. Die ist die beste Mama. Die andere hat jetzt alle Augen. So süß. Die gehen das erste Mal in diesem Box. Das sind alle vier. Also sehr, sehr herzige. Das ist so bis herzig. So. Alle haben hier drüben. Jetzt haben sie geschlafen und essen die ganze Zeit. So süß. Immer schlafen. Und der putzte. Das ist ein bisschen leer. Sieht ein bisschen leer aus wie Mama das da. Liegt oft auf dem Ruck. Es ist sehr dick. Das ist sehr fleißig. Tschüss. Ich bin immer noch in general. So viel sieht man ja. Aber hier bin ich. Sieht ganz lässig aus. Ganz viel Nebel. Extra zappen nicht so weit draussen, damit ich ihn sehe. Und ich bin nicht nachgekommen mit Filmen. So viele Fische. Eines macht am anderen also riesen Stress gehabt. Ich habe noch nie so etwas Schönes erlebt. Tschüss, jetzt mache ich weiter. Jetzt gehe ich bald nach Hause. Ein riesen Sack mit vielen Fischen. Fast keinen Platz. Und den Messer musste ich nicht einmal abwäschen dazwischen. Ich bin fast nicht nachgekommen. Cool. Tschüss. Schöner Frosch im Biotop. Hoffentlich ist es nicht weg. Ich habe sie vorhin gezeigt. Er war so schön. Ich habe noch nie so einen Frosch gesehen. Froschi? Der! Ja, aber ich habe noch etwas zu sagen. Der innen. Bis jetzt haben wir so... Was ist normal? Hier ist er. Siehst du das? Haben wir so normale? Der ist jetzt ganz speziell. Jetzt muss man schauen, dass der Fein auf dem... Oh ja, der Fein. Zoom da. Wo bist du? Scheisse. Da ist er. Kannst du dich nicht bewegen, du Froschli? Ich möchte noch mehr Fische. Das ist aktuell. Schöner Frosch bei Cabine Effects. Bitte habt ihr mal ihre Fein? Ich glaube, es istuben. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.